Neulich war ich in London und bin durch den Hyde Park spaziert. Und auf einmal habe ich ganz viele Menschen zusammenlaufen sehen. Und bin da natürlich näher hin und wollte wissen, was da los ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich auf dem Speakers Corner befinde. Die Speakers Corner ist ein Platz, an dem sich sonntags nachmittags immer Menschen treffen, um miteinander zu reden. Ja, das war eine atemberaubende Atmosphäre, weil die verschiedensten Kulturen und Religionen zusammenkommen und ganz friedlich miteinander diskutieren. Und wenn man eine Rede halten will, dann nimmt man einen Schemel mit oder so einen Hocker, stellt sich da drauf und fängt einfach an zu sprechen, egal worüber. Ich war richtig gefesselt von der Atmosphäre und wie die Leute es schaffen, so viele Menschen zu sich zu holen und dass die Menschen zuhören. Und allein für diese Erfahrungen hat es sich total gelohnt, hinzugehen. Und ich finde, hier in der Nähe soll es auch so einen Platz der freien Rede geben.